Hallo, du bist auf der Seite des Kurzfilmwettbewerbs Ganz schön anders gelandet. Das ist ein Wettbewerb für alle Schülerinnen und Schüler aus den 9. und 10. Klassen in Niedersachsen. Wir suchen lustige, traurige, spannende oder dramatische Filme über Menschen, die anders sind. Deshalb heißt unser Wettbewerb auch Ganz schön anders. Zu gewinnen gibt es eine Reise nach Berlin. Hast du Lust mitzumachen und einen richtigen Film zu drehen? Kein Problem, wir zeigen dir und deinem Filmteam, wie so etwas geht. Wir bieten für Schülerinnen und Schüler aus den 9. und 10. Klassen kostenlose Filmworkshops in vielen verschiedenen Orten in Niedersachsen an. Allerdings musst du dich dafür mit einer spannenden Filmidee bewerben. Haben wir dich neugierig gemacht? Dann bewirb dich mit deinem Filmteam bei uns. Überleg dir mit deinen Schulfreundinnen und Schulfreunden, was ist eigentlich normal und was ist anders? Bin ich schon anders, wenn ich kein Fleisch esse? Oder rote Haare habe? Oder im Rollstuhl sitze? Bin ich etwa anders, wenn ich mich als Junge in einen Jungen verliebe? Oder als Mädchen in ein Mädchen? Hast du Erfahrungen damit, anders zu sein? Oder kennst du jemanden, der oder die ganz anders ist als andere? Du kannst deine Ideen oder Gedanken aufschreiben und zu uns schicken. Frag deinen Lehrer oder Lehrerin, ob sie dir dabei helfen könnte. Wichtig ist, dass du und dein Filmteam die Filmidee rechtzeitig bis zum 9. September zu uns schickst. Pro Klasse können 5 Filmideen eingereicht werden. Die Klassen mit den besten Filmideen laden wir zu den Workshops ein. Bei den Filmworkshops zeigen dir Filmprofis, wie man Filme macht. An einem Termin vor den Herbstferien helfen wir dir, wie man aus deiner Filmidee ein Drehbuch entwickelt. Und an einem Termin nach den Herbstferien zeigen wir dir, wie man mit der Videokamera einen spannenden Film dreht. Natürlich kannst du auch einen Film beim Wettbewerb einreichen, ohne an einem Workshop teilgenommen zu haben. Und du kannst selbst entscheiden, ob du einen Spielfilm, einen Werbeclip, ein Musikvideo oder einen Film über deine Freunde oder Freundinnen machst. Hauptsache, dein Film ist nicht länger als 5 Minuten. Wichtig ist noch, du musst in Niedersachsen eine 9. oder 10. Klasse besuchen. Dann ist der Einsendeschluss der 31.12.2013. Übrigens, der Schirmherr des Wettbewerbs ist der Schauspielschüler Samuel Koch. Vielleicht kennst du ihn. Er verunglückte in der Fernsehsendung Wetten, dass... Seitdem sitzt er im Rollstuhl. Trotz seines Handicaps dreht er weiter Filme und setzt sich dafür ein, dass Menschen mit Behinderung ein normales Leben führen können. Und das sind die Preise. Die besten Filme werden im nächsten Jahr in einem echten Kino, im Regionalfernsehen und im Internet gezeigt. Erster Preis ist eine Reise nach Berlin. Dort geht ihr zur Berlinale. Das ist ein großes internationales Filmfestival. Dort werden Filme aus der ganzen Welt gezeigt und viele berühmte Schauspielerinnen und Schauspieler, Filmemacherinnen und Filmemacher werden kommen. Zweiter Preis sind Kinofreikarten. Für dich, dein Filmteam und deine ganze Klasse. Dritter Preis ist ein Gutschein für ein Frühstück in einem Café deiner Wahl. Für dich, dein Filmteam und deine gesamte Klasse. Hast du Fragen? Dann frag deine Lehrerin oder deinen Lehrer oder frag einfach uns. So erreichst du uns. Schreib einen Brief an Kurzfilmwettbewerb CO Königswort Medienbüro Königsworter Straße 23A in 30167 Hannover oder schick uns eine E-Mail an info at ganz-schön mit oe geschrieben bindestrich anders.org Telefon 0511 165 80 334 Ich wiederhole nochmal 0511 165 80 334 Viel Spaß beim Filmemachen!